Jetzt geht es um Vollausstattung, Tourenrad mit Vollfederung mit zwei Akkus und wie das Ding heißt, das seht ihr jetzt hier. Volle Packung hatte ich gesagt, das ist das Moustache Weekend FS. Weekend für große Ausflüge. Warum? Wir haben den 625er Akku von Bosch dran mit dem CX und wir haben zusätzlich schon serienmäßig noch einen 500er Akku obendrauf, also 1125 Wattstunden. Damit ist das Wochenende buchstäblich gefüllt. Und wir haben FS Full Suspension, also für die Vollfederung. Das heißt, wir reden hier von einem Alltagsrad, Tourenrad, Urlaubsrad, was auch immer, mit dem ihr alles machen könnt, mit dem ihr auf die Arbeit fahren könnt, aber halt auch ausgedehnte Wald, Wiesen, Touren über die Alm, was auch immer. Also hier geht es wirklich um die Superlative von allem. Das Rad im Detail gucken wir uns jetzt mal an. Moustache typisch ist ja die Verarbeitungsgüte, die Qualität, wie die sowas bauen. Fangen wir mit den technischen Sachen an. Also ein CX4 ist hier drin mit 85 Newtonmeter und natürlich diesen verschiedenen Modi. Wir können hier unten den Akku laden oder die Akkus. Und dann haben wir Nyon dran. Da haben wir auch schon mal ein separates Video zu gemacht, was das so alles kann. Das blende ich euch hier oben mal ein. Da könnt ihr da mal durchschauen. Bedient wird das Ganze ja hier mit diesem normalen, üblichen Vier-Wege-Joystick. Und vordergründlich ist natürlich die Navigation an dem Rad, weil ich will ja große Touren machen. Cockpit ist sehr, sehr aufgeräumt. Und dann gucken wir hier mal auf den Akku. Das ist also jetzt das 500er Powerpack. Ihr könnt das Rad natürlich so oder so fahren. Hier unten, das hier ist der 625er. Der ist also in Tube verbaut. Ihr könnt aber auch den oberen, diesen 500er Akku, einfach abmachen und dann nur mit dem 625er fahren. Das sei denn, er ist nicht an beide gekoppelt. Die Ausstattung geht ja in Richtung Komfort. Deswegen haben wir auch so eine Vario-Sattelstütze hier dran, eine EX-S. Die können wir vorne am Lenker steuern. Und Hauptaugenmerk liegt natürlich auf der Vollfederung. Das ist ein eigener Dämpfer von Mustache. Ich denke mal, die Basis ist ein RockShox. Der hat hinten 120 Millimeter. Den können wir einstellen, hier in der Druck- und der Zugstufe. Also den könnt ihr sehr, sehr komfortabel auf euch selbst dann justieren. Und den könnt ihr in der Höhe einstellen. Der hat hier diesen sogenannten Flipchip. Dann haben wir vorne 130 Millimeter. Das ist ja eine RockShox, eine 35er Silber ist da drin. Da haben wir genau das gleiche Spielchen. Auch hier können wir Druck- und Zugstufe einstellen. Und Mustache achtet immer auf diese Alltagstauglichkeit. Zwei Flaschenhalter oder Schlosshalter. Die extreme Verarbeitung des Rahmens. Also flach geschliffene Schweißnähte hier. Alles sehr, sehr fein und hochwertig. Bis hin zu den Aluminium-Schutzblechen. Die sind doppelwandig, also zwei Lagen. Die Streben sind aus Aluminium, also kein Plastik und nichts in der Art dran. Und die Züge schön innen verlegt. Das Ganze könnt ihr belasten bis 150 Kilogramm, das Rad. Also ihr könnt hinten logischerweise auch dann ordentlich Gepäcktaschen dranhängen. Supernova-Beleuchtung gehört natürlich auch zum Umfang. Das ist eine Lampe, die kostet so um die 150 Euro. Also die bringt schon ordentlich Licht. Und geschaltet wird das Ganze mit einer 12-Gang-Shimano-Schaltung. Kettenführung haben wir dran. Und dann hier nochmal dieser MIG-HD-Gepäckträger. Der kann bis zu 27 Kilogramm und hat das Ortlieb Q3-System an Bord. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Rad im ganzen Aufbau, in der Qualität, wie das Ganze so verbaut ist. Also da hat man, denke ich, was für die nächste Zukunft. Wie ihr erkennen könnt, sind da eine ganze Menge Besonderheiten und Feinheiten an diesem Rad dran. Optisch finde ich das auch sehr gelungen mit der Mountainbike-Bereifung, Farbgebung. Das ist also, glaube ich, ein ganz gutes Gesamtpaket. Das Rad liegt bei 6.999 Euro. Viel Geld, aber im Vergleich zu dem, was man kriegt, denke ich, gerechtfertigt. Weitere Informationen findet ihr bei uns auf der Webseite. Abonniert gerne den Channel, drückt die Glocke, damit ihr auch neue Filminfos dann bekommt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.